Hallo und herzlich willkommen zu der Gewinnspielauflösung meines Gewinnspiels, so ist ja logisch. Ihr hattet ja die Möglichkeit, euch aufgrund meiner 100 erreichten Follower auf Twitter an einem Gewinnspiel teilzunehmen, das ich ja veranstaltet habe. Eine 25 Euro Passive Card kann jetzt einer von euch gewinnen. Und bevor wir diese Auslosung machen, möchte ich mich erstmal bei den Leuten bedanken, die mitgemacht haben, ja. Hat mich wirklich sehr gefreut, auch dass ich jetzt noch mehr, ein paar mehr Follower mit dazu bekommen habe. Zur Zeit sind es glaube ich 110 oder 111, ich glaube aber 110, weiß ich nicht. Und meine Bitte ist jetzt, egal wer gewinnt, ja, respektiert das und fangt nicht unbedingt in den Kommentaren an zu haten, das möchte ich beim nicht. Ich habe schon bei ganz vielen anderen Gewinnspielen gesehen, ja, total unverdient und jetzt, was weiß ich, du hast bestimmt so lange gedrückt, bis der dann kam, derjenige, und hast dann das Video dazu gemacht oder was weiß ich. Also auf jeden Fall nicht haten, seid einfach fair, es wird bestimmt noch mehr Gewinnspiele geben, wenn ich irgendwie eine besondere Zahl erreichen sollte. Das da könnt ihr ja mitentscheiden, also ich habe das ja nicht zu entscheiden. Und ja, hier stehen also nun die ganzen Teilnehmer, die sich da beworben haben unter dem Gewinnspielvideo und aus diesem wird jetzt einer ausgelost, der dann die 25 Euro Passive Card gewinnt. Der Gewinner meldet sich bitte bei mir per Skype. Meine Skype-ID steht auch immer unten in der Videobeschreibung, weil immer sehr viele Fragen in den Kommentaren, wie heißt du denn bei Skype? Mein Skype-Name steht immer in der Videobeschreibung, da müsst ihr einfach mal nachschauen. Und ja, meldet euch bitte bei Skype und wenn ihr sich nach einer Woche nicht gemeldet habt oder so, dann werde ich halt die Auslösung nochmal machen, dann gibt es halt einen neuen Gewinner. Also ihr müsst drauf hoffen, einfach die, die nicht gewonnen haben, dass sich der Sieger nicht meldet, ganz einfach. Und ja, komm, wir fangen jetzt mal einfach an, ohne euch groß auf die Folter zu sparen. Also gewonnen hat die 25 Euro Passive Card. Auslosen und gewonnen hat der liebe Satch Royale. Lieber Satch Royale, herzlichen Glückwunsch an dich, du hast die 25 Euro Passive Card gewonnen. Meldet dich bitte bei mir, so schnell wie es geht, per Skype. Die Skype-ID steht, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ich danke trotzdem jedem, der mitgemacht hat. Auch wenn ihr nicht gewonnen habt, seid nicht so enttäuscht, seid nicht traurig, fangt nicht an zu haten. Es werden, wie gesagt, bestimmt nochmal mehr Gewinnspiele kommen, wenn ich hier irgendeine besondere Zahl erreichen sollte. Und ja, also Satch Royale, meldet dich per Skype bei mir. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Und dann, ja, bis zum nächsten Video, haut da rein und ciao!